Moin, und da sind wir wieder. Ja, der Wind. Da hin. Da hin. Okay, man darf nicht von der Lava-Fontäne getroffen werden. Hab was gelernt. Ja, da muss man außen rum fliegen. Jetzt bin ich wieder hier unten. Du kommst eh von außen angeflogen. Also innen. So. Erfrischend. Oh, fuck. Ich kann ein Portal machen. Und dann? Vielleicht schaffe ich es auch noch zurück. Also ich glaube, wir sind hier falsch. Wir sind auf die falsche Seite geflogen. Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Hm, wir sind. Ja, kann auch sein. Nein. Nein. Wir sind relativ sicher. Ich glaube, wir müssen hier ganz hoch. Oh, schon wieder. Dann auf diese Spitze. Hier müssen wir hin. Okay, dann fliege ich da auch hin. Sehe ich dich denn gleich. Ah, ja. Der andere fliegt da auch hin. Ich komm zu kurz. Ich komm zu kurz. Fuck. Ja, von da oben kannst du einfach losfliegen. Dann einfach hier unten auf die Spitze kommen. Aber knapp. Ja. Sehr gut. Das ist ein etwas knapper. Jump. Hier sind gerade hier unten sind viele blöde Jumps. Ach, komm. Ja, jetzt kann er wieder Portal Action machen. Ja, ich bin hier unten. Warte, ich gehe jetzt schon mal ein Stück nach oben. Dann sind wir da ein bisschen wegspannt. Okay. Ist er auch wieder im Label? Ne. Wir könnten ruhig häufiger da sein. Ist hier ein... Ist hier ein... Ist hier ein... Ist hier ein... Ist hier ein Dings gewesen? Alle oben? Eine Wolke? Ne, ne? Ne. Wo ist Lucky denn überhaupt? Ich bin hier draußen. Alles gut. Ich kill Jumps. Ich kill Jumps. Nein. So, jetzt erst mal schon mal ein richtiges Stück weiter oben. So. Ja. Ah, hier, ja, ja. So. So, und jetzt muss es irgendwie da rüber gehen. Ich habe da eben auch schon ein paar Duden gesehen, aber ich habe nicht genau gesehen, wo sie denn sind. Ja. So. Ah, ja. Irgendwas mit dem... Äh. So, da hinten fliegt er hin. So, da hinten fliegt er irgendwo hin. Fuck it, hinterher. So. Okay, easy. Easy going. Okay, hier ist eine große Plattform. Ich bleibe kurz stehen bis auf der Sascha. Hier kann jemand kommen, weil... Jo. So, da hinten. Ah, das ist jetzt hier, genau. Das ist jetzt hier hoch. Ähm, warte mal. Das ist hier, hier hinterstehen nicht. So, da hinten. Moris ist. Interessanterweise. Okay, da muss man von hinten. Es genug, wenn man muss das. Ähm, daneben. Ich frage mich immer noch, wer denkt sich hier bei Arena nicht diese Dinger aus. ja so ist das halt das entscheidende ist eigentlich vorlegen wie findet man die dinger ohne tipps also eben leute das einfach stundenlang ausprobieren ja da bin ich ihn auch total dankbar und was weiß ich also dass das ist überhaupt rausgefunden wird ich würde da im leben nicht auf die idee kommt da nach einem püpfpuzzle zu gucken aber gut wer das spiel ein bisschen spielt der weiß ja verbaut sind also von hier springen ja das ist ja schön dass du sagst hierher springen die lücke also mehr praktisch so nach außen statt nach stadt die wand direkt so genau denn sonst nur müssen wir hier als nächstes hin darüber auf die andere seite ach so zu quer durchfliegen und hier kann man doch höher ganz nach oben ich komme hier nicht an diesem einen punkt hoch aber einfach sonst sonst rennen kommen einfach hoch hier welchen portal machen hier erst wenn du oben bist da wo ich bin kann ich nicht leben auch kommt schon ach da Komm mal hier rüber jetzt, geflogen. Äh, nochmal. Da, ich geh jetzt nochmal hoch. Ah, sieben Minuten Fail. Ihr dürft nicht so an die Wand ran springen, sondern springt einfach ein bisschen gerade Richtung... Ah, drüber gelaufen. Ach, so. Ja. Muss man denn dann gehen? Ja, ein bisschen höheren. Ich seh nix. Und dann hier... Olli, jetzt lauf noch ein Stück hoch, ein bisschen hoch auf die Spitze und jetzt fliegt sie einfach auf die andere Seite rüber, hier hin. Da hin, okay. Siehste, genau. Ja, das ist aber eine ganz spezielle Ecke, wie man springen muss. Du musst so jetzt quasi auf die Spitze hochspringen. Genau. So, und jetzt kann Rinnenmalen-Portal machen für... Ja, ich stehe hier. Für den Dicken. Uhu. So, ich bin hier und da Portal. So, und jetzt sind wir wieder ein Stück höher und jetzt geht's hier irgendwie rüber. Keine Ahnung. Wo ist es denn? Ah ja, da ist irgendwo... Man ist hier nicht noch... Das wird jetzt, habe ich eh. Weiß nicht, ob ich hoch genug gelandet bin. Ich glaube schon. Sag ich mal, ob du die richtige Position hast, dann wird es zu dir fliegen. Warte noch kurz. Ach so, hier muss man um die Ecke fliegen, oder? Ja, es kann sein, dass man ein Stückwerk höher muss. Also versuch mal hier oben zu landen. Bisschen höher, als ich das bin. Ähm, das war's. Ne, auch nicht, okay. Das ist... Ja, da oben, da oben. Da hättest du oben landen müssen, an dem Ding. Über uns. Ja, ich glaube, das fand ich auch. Die Kante da oben. Ich hab ja den Positionszurücksetzer zum Glück. Da muss man hochkommen. Die Frage ist, wie? Da muss man wirklich an die... Da hoch oben rein pflegen. Das ist das Schwierige. Okay. Meinst du jetzt diese Spitze vom... So, ich will jetzt erstmal einmal sterben und nochmal von vorne laufen? Ja, ich auch. Die Spitze. Au. Ach, da, ja. Stimmt, stimmt. Da muss man hin. So, äh, so wie war alles von hier aus geschehen? Ja, jetzt bin ich gestorben. Scheiße. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo... Wo, 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 wo wir von hier aus hin? Von hier, da und auf die Spitze. Ach Gott. Auf dieser oder auf die davor? Ne, das geht ja gar nicht, oder? Ja. Nochmal von vorne. Zeit echten Schaden anzurichten. Und nochmal von vorne. Ich will jetzt so oft sterben, bis es klappt. Wo war das jetzt? Hier war das, glaube ich, gar nicht so weit weg. Wo, wohin möchte ich jetzt schon hier waren? Genau, genau. Hier sind wir schon wieder richtig, Olli. Ja. Hier sind wir wieder an deinem Spezial-Point. Ja. An dem ich auch so gerne drüber hinweg springe. So. Hier ist eine Truhe, da musst du ja hin. So, den Schritt haben wir. Wo war ich weiter? Dann geht es möglichst weit nach oben. Möglichst weit nach oben. Ich bin jetzt erstmal da, wo der Sascha ist, aber das kann es nicht sein. Baut davon ist eine Truhe, also eine uralte Truhe, die haben... Also musst du hier irgendwoher gekommen sein. Okay. Ziemlich weit hinter euch, liegt daran. Ja, ich glaube, das ist genau ein zu niedrig. Ich glaube, das ist genau ein zu niedrig. Ich kann nicht, wie man... Wo man noch ein höher kommt. Muss ich noch höher. Muss ich irgendwie noch höher kommen. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch okay so. Ist das hier schon der Punkt, wo man auf die andere Seite fliegt? Na, der ist rüber geflogen. Ja, von hier? Ja. Der ist hier und dann da rüber geflogen. Mal gut. Mal gut. Mal gut. Mal gut. Mal gut. So, wo muss ich jetzt hin? Dahin. Moment. Oh, 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 oh. What the fuck, ey. Okay, nochmal. Oh, ne, ich bin jetzt hier irgendwie. Guck mal nicht hin. Fuck, wenn einer drüben ist. Oh, ich bin drauf. Ich bleib hier mal kurz stehen. Ja, bleib einfach mal stehen. Also nicht genau dahin fliegen, wo ich stehe. Ich bin etwas weiter oben. Zum Schutz. Können wir nicht echt mal wieder weh bekommen? Oh, ich bin total. Bist du das? Ich habe nur meinen Positions-Zurücksetzer. Kannst du nicht den vorzumfreuen? Nee, dann werden die BUFF die Dings deaktiviert. Oh, nein. Du darfst es nicht benutzen. Ich darf schon, weil ich brauche hier ja gar nichts mehr. Ich springe hier ja nur sinnlos dumm rum. Nein, nein. Nein, nein, nein. Fuck, runtergefallen. Wartet mal. Ich werde jetzt mal ein Portal stellen. Ja, und wo bist du? Etwas, ja, machen wir mal ein Portal und ich fliege es auch. Ich bin allerdings alle mal zusammen irgendwie wohl. Dann würde ich da, wo Sascha ist. Geh mal zu Sascha hin, ja. Ich bin jetzt so in einem. Cool. Zwischendin, so, dann bleib ich hier. Ich bin, wie gut. Danke. So. Das ist jetzt von hier aus, müssen wir jetzt weitergucken, irgendwie weiterkommen. Wie war das? Waren wir hier nicht schon? Ja, da müssen wir jetzt noch irgendwie weiter von hier aus. Fragt sich nur, wo. War das da drüben? Da steht jemand da oben drauf. Das kommt mir hier so bekannt vor mit dem... Ja, nee, wir sind glaube ich schon. Erfrischend. Okay, von da hinten. Wo kommt man da als nächstes hin? Das ist das Rätsel, wo geht's als nächstes hin? Ich fliege einfach mal los. Fuck, das war zu wenig. Man muss wohl... Oder muss man auf die andere Seite von dort. Ich könnte hier mal was probieren. Das klappt hier aus. Also der eine fliegt von hier. Oh, ist hier nicht so ein Durchgang? Sascha, bei dir da rechts ist da nicht so ein Durchgang? Ja, warte, ich will da hin. Noch drei Sekunden ist mein Teil wieder aufklaren. Was ist das für ein Teil? Mal ein Zurückspuler. Ach, warte, ich brauche einfach zu mir. Da ist er sagt... Nee, hier kannst du nur kurz parken. Ja, wenn du hochkommst. Mir wurscht. Da standst du eben aber noch nicht. Ich probier mal. Wo stand ich nicht? Eben standst du woanders, dann hast du dich irgendwie... Oh. Ich weiß nicht, ob es reicht oder ob das richtig ist. Ich muss erst mal sehen, es ist richtig... Nee, zuerst stand ich da oben und da ist kein Durchgang. Ich bin nicht hier rübergegleitet, ja, zack. Nee, da geht es nicht weiter, wa? Otto? Nee, ihr geht sich durch. Warte mal. Das ist ja wieder die gleiche Ecke, wo wir vorhin schon standen. Also wir sind es eigentlich wieder da, wo wir schon mal waren. Wo? Da ist zumindest eine Truhe, wo ich bin. Warte mal. Ach, das Ding ist gerade ausgelaufen, mein Rückspuler. Ich guck mal, ob man... So, also, das wird dann... ...ist du hochgekommen, so. Gut beschützt. So, äh... Hä? Wo bist du denn hin? Ja, was soll ich da? Da, wo du bist, da geht es ja nicht weiter. So... Irgendwie... ...hebe ich jetzt wieder nicht. Äh... Ich glaube, das ist eh falsch, da. Also ich glaube, man muss... Äh... ...toll. Wie komm ich jetzt? Kann ich nur Pordel zum Pollen machen. Nee, geht nicht. Das ist, äh... Ich bin doch gar nicht im Kampf. Deine Buffs... ...während dann weg... ...entfernt. Na, die... Ja, das ist nicht so schlimm. Ich hab das ja schon. Also so schlimm ist es nicht. So, jetzt müssen Sie gucken, wo es hingeht. Ach. Oh. Oh nein. Tot. Ja, da ist es ein paar Wohle gestartet worden. So, von dieser Position aus kann man zumindest die Drohe erreichen, wo ich jetzt bin. Aber... Ja, die Drohe ist natürlich... ...unsinnig. Es ist ja egal. Die Drohe ist nur... ...hob man von der Tolle ist bei Werk, aber das bringt nichts. Warte, ob die... ...warte, ob die... ...warte, stelle... ...ah, ja... 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 ...ich kann ja... ...ich kann ja wieder Portal stören für euch, falls ihr... ...auf die... ...bekannte Strecke wieder zurück wollt. Hm. Ja, die Leute da hinten fliegen nämlich einfach weiter, die fliegen... ...deutlich weiter... ...deutlich weiter. ...sch... ...i...